Rinder liefern uns Menschen nicht nur Milch, sondern auch Fleisch. Über drei Millionen Rinder werden dafür jährlich geschlachtet. Jeder Deutsche verzehrt im Durchschnitt neun Kilogramm Rindfleisch im Jahr. Doch so ein Nutztier wird noch weiter ausgeschlachtet. Aus seinen Knochen werden Kämme und Schmuck hergestellt. Und auch Gelatine für Kuchen produziert. Knochen dienen außerdem als Rohstoff für Klebstoff und Knöpfe oder auch für Brieföffner. Und auch Keratin, eine Chemikalie, die in Shampoos und Cremes enthalten ist, kann aus Knochen hergestellt werden. Die Haut der Rinder wird gegerbt und zu Leder verarbeitet. Als Sohle bildet es den Abschluss feiner Lederschuhe. Rindsleder gilt als besonders stabil und strapazierfähig. Rindsleder gilt als auch aus Knochen. Rindsleder gilt als auch immer mit dem Auftrag. Die Haut der Rinder ist ein sehr gut dieser Ausflug. Rindsleder gilt als auch in der Ausschuss die Fischung.